Guten Abend, mein Name ist Julia Riedel. Ich bin Leiterin des Kinderhauses der Realklinik Weitfried für Mutter und Kind in Bucco. Unser Schwerpunkt ist die Behandlung schwangerer Frauen mit ihren Kindern und die Betreuung kinderreicher Mütter. Und jetzt drücke ich allen Mitspielern die Daumen, die ein Megalos haben. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endseffern 9,8. 1000 Euro fallen auf die 1,754. 10.000 Euro auf die 8,0,4,8,7. 100.000 Euro auf die 3,0,2,756. Und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 5,4,0,6,1,4,1. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens ein Los der Deutschen Fernsehrotterie ist doch eine schöne Geschenkidee. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest. Vielen Dank fürs Mitspielen und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.